Sozialistengesetz ist die Kurzbezeichnung für das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, das von 1878 bis 1890 galt. Wegen der verschiedenen Einzelbestimmungen in 30 Paragrafen der jährlichen Neuvorlage und wegen kleiner Modifizierungen spricht man oft auch im Plural von den Sozialistengesetzen. Das Gesetz verbot sozialistische und sozialdemokratische Organisationen und deren Aktivitäten im Deutschen Reich. Sozialdemokraten konnten jedoch trotz der massiven Behinderungen weiterhin in Einzelkandidaturen an den Wahlen teilnehmen und als gewählte Parlamentarier eine sozialistische Fraktion im Reichstag bilden. Die neuere Forschung verweist für eine angemessene Analyse der Sozialistengesetze auf die Bedeutung des internationalen Kontextes, wo Sozialisten zum Teil schärferen Repressionen ausgesetzt waren als im Deutschen Reich. Vorgeschichte August Bebel und anderen Sozialdemokratische Partei Deutschlands umbenannt werden sollte. Die Begriffe Sozialismus und Sozialdemokratie wurden im damaligen Sprachverständnis in der Regel als Synonyme verstanden und waren stark beeinflusst. Von den philosophischen, politischen und ökonomischen Theorien von Karl Marx und Friedrich Engels, die zu dieser Zeit im Londoner Exil lebten. Entsprechend der revolutionären Theorie beanspruchte die Sozialdemokratie bzw. ihre Partei im Deutschen Reich die SAPD, die parteipolitische Interessenvertretung der Arbeiterbewegung zu sein. Sie strebte eine Verbesserung der sozialen Lage der Arbeiterklasse und letztlich eine Überwindung der gegebenen sozialen und politisch undemokratischen Herrschaftsstrukturen an. Wegen ihrer Opposition gegen den deutsch-französischen Krieg von 1871 und ihrer Solidarität mit der revolutionären Pariser Kommune 1871 wurden August Bebel und Wilhelm Liebknecht 1872 beim Leipziger Hochverratsprozess zu zwei Jahren Festungsscheft verurteilt. Reichskanzler Otto von Bismarck Im Grunde ein am monarchischen Prinzip ausgerichteter und demokratischen Ideen gegenüber reserviert bis ablehnend eingestellter Konservativer betrachtete die SAPD von Anfang an als Reichsfeind und agierte schon vor dem Sozialistengesetz mit repressiven Maßnahmen gegen die Sozialdemokratie und die noch junge Gewerkschaftsbewegung Die Attentate auf den Kaiser als Anlass 1878 wurden zwei erfolglose Attentate auf Kaiser Wilhelm I. verübt Am 11. Mai von Max Hödel und am 2. Juni von Dr. Karl-Eduard Nobiling Bismarck nahm diese Anschläge zum Anlass mit dem Sozialistengesetz rigoroser und wirkungsvoller gegen die in der Arbeiterschaft zunehmend einflussreicher werdende Sozialdemokratie Durchzugreifen, obwohl Hödel kurz vor seinem Anschlag aus der SAP ausgeschlossen worden war und Nobiling's Attentat von persönlichen Wahnvorstellungen geleitet war ließ Bismarck verbreiten, dass die Attentate auf die Sozialdemokratie zurückzuführen seien Eine über die beiden Einzeltäter hinausgehende Verbindung der Attentate mit der Sozialdemokratie war aber und ist bis heute nicht nachweisbar Bereits im Mai 1878 nach dem ersten Attentat legte Bismarck einen Entwurf des Sozialistengesetzes vor der jedoch mit großer Mehrheit abgelehnt wurde Eugen Richter begründete die Ablehnung der Deutschen Fortschrittspartei unter anderem damit dass Verbote und Polizeimaßnahmen die geistige Bekämpfung der Sozialdemokratie unmöglich machen würden Beim zweiten Attentat am 2. Juni 1878 wurde der Kaiser erheblich verletzt Bismarck nutzte die darauf einsetzende öffentliche Hysterie dazu den Reichstag aufzulösen und einen Vernichtungsfeldzug gegen die Sozialdemokraten zu inszenieren denen man geistige Mittäterschaft vorwarf Im Juli passten sich die meisten Nationalliberalen im Wahlkampf dem konservativen Rechtsruck an Im neu gewählten Reichstag wurde ein verschärfter Entwurf des Sozialistengesetzes vorgelegt Es kam zu Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Fraktionen Am 19. Oktober 1878 setzte sich der verschärfte Gesetzentwurf mit 221 zu 149 Stimmen durch Nach der Zustimmung des Bundesrates am 21. Oktober und der Unterzeichnung durch Kaiser Wilhelm I. Er hielt das Gesetz am 22. Oktober 1878 mit seiner Verkündung Rechtskraft Es galt durch insgesamt vier Verlängerungen bis zum 30. September 1890 Auswirkungen Aufgrund des zunächst auf zweieinhalb Jahre befristeten und danach regelmäßig verlängerten Sozialistengesetzes wurden unter Verbände Druckschriften und Versammlungen der Sozialdemokraten, namentlich der Sozialistischen Arbeiterpartei und ihr nahestehender Organisationen Vor allem Gewerkschaften, verboten Verstöße gegen das Gesetz wurden oft mit Geldstrafen oder auch mit Gefängnishaft geahndet Viele Sozialisten setzten sich unter dem politischen Druck des Gesetzes ins ausländische Exil ab, vor allem nach Frankreich, die Schweiz oder England Unter ihnen war mit der damals Mitte 20-jährigen Clara Zetkin auch eine später prominente Wegbereiterin der Sozialistischen Frauenbewegung Allerdings konnten weiterhin Einzelpersonen bei Wahlen für die Sozialdemokratie kandidieren Sodass deren Fraktionen sich im Rahmen der parlamentarischen Arbeit des Reichstages bzw. der Landtage legal betätigen konnten Unter den neun Reichstagsabgeordneten der Sepp saßen bereits seit 1874 beispielsweise Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Wilhelm Hasenclever und Wilhelm Hasselmann im Parlament des Kaiserreichs Außerhalb des Reichstags war ein öffentliches Auftreten für die Ziele der Sepp allerdings mit erheblichem juristischem Risiko verbunden Nach 28 des Sozialistengesetzes wurden 797 Sozialdemokraten als Agitatoren aus Orten ausgewiesen In denen der kleine Belagerungszustand verhängt wurde, darunter als Hochburgen der Sozialisten Berlin, Leipzig, Hamburg und Frankfurt am Main Das Sozialistengesetz bekämpfte die Sozialdemokraten als Reichsfeinde und erschwerte nachhaltig die Integration von Arbeitern und Sozialdemokratie In Staat und Gesellschaft Die faktische politische Ausbürgerung der sozialdemokratischen Opposition ging mit einer sozialen Ausbürgerung einher Der zufolge Sozialdemokraten materiell entrechtet und am Arbeitsplatz verfolgt wurden Die Verfolgung weckte die Solidarität großer Teile der Arbeiterschaft und führte seit 1881 zunehmend zu Wahlerfolgen für die für formell als Einzelpersonen auftretenden Kandidaten der SAPD Regional wurden verschiedene Arbeitersportvereine oder Naturfreundegruppen als Tarnorganisationen anstelle der verbotenen Partei oder Gewerkschaftsgruppen gebildet In denen die politische Arbeit, wenn gleich mit hohem Risiko behaftet, fortgesetzt wurde Einige bedeutende Reichstagsabgeordnete der Sozialdemokratie während der Zeit der Sozialistengesetze Punkt, 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 Punkt Innerhalb der Sozialdemokratie riefen insbesondere sozialrevolutionäre Politiker des linken Flügels Ihnen voran der sich bereits im britischen Exil aufhaltende Johann Most und der Reichstagsabgeordnete Wilhelm Hasselmann zu auch gewaltsamem Widerstand gegen die Unterdrückungspraxis der Behörden auf Wobei sie sich beispielsweise positiv auf die Attentate russischer Sozialrevolutionäre gegen Zar Alexander II. bezogen Derartige Aufrufe wurden jedoch von der Führung der SAPD als anarchistisch motiviert und den Zielen der Sozialdemokratie entgegenstehend abgelehnt Most und Hasselmann wurden 1880 auf dem ersten Exilparteitag der SAPD auf Schlosswüden im Schweizer Kanton Zürich insbesondere auf Betreiben von Ignazar und August Bebel aus der Partei ausgeschlossen Darauf gab Hasselmann sein formell bis 1881 gültiges Reichstagsmandat auf und wanderte in die USA aus Mit dem Ausschluss der beiden bekanntesten Protagonisten des Anarchismus in der deutschen Sozialdemokratie hofften deren führende Vertreter sich des radikal-sozial-revolutionären Flügels der Partei zu entledigen und damit der antisozialistischen Propaganda der regierungsfreundlichen Parteien und deren Presse die Grundlage zu entziehen In der Folgezeit konnten sozialistische Reichstagskandidaten wieder Stimmenzuwächse verbuchen Zusätzlich zu den schon vertretenen Mandatsträgern wurden beispielsweise Karl Frome 1881 oder Paul Singer 1884 für die Partei in den Reichstag gewählt Nachdem die von Johann Most aus dem Londoner Exil verbreitete Zeitschrift Freiheit mit dem Parteiausschluss Mosts ihren Status als Organ der deutschen Sozialdemokratie verloren und sich inhaltlich in eine auch offen anarchistisch agitierende Publikation verändert hatte wurde sie zunehmend abgelöst durch die Zeitung der Sozialdemokrat die sich zum Hauptorgan der deutschen und der internationalen Sozialdemokratie während des Sozialistengesetzes entwickelte Der Sozialdemokrat erschien seit 1879 von Paul Singer redigiert in Zürich und wurde illegal im Reich verbreitet Ab 1887 wurde die Zeitung in London gedruckt Bismarck, der durchaus die Brisanz der sozialen Frage erkannte und aus seiner Niederlage im Kulturkampf lernen wollte wusste um die relative Begrenztheit repressiver Maßnahmen Daher setzte er mit den Reformkräften im Reich die für ihre Zeit fortschrittliche Sozialgesetzgebung durch Ein wesentliches Ziel des Sozialistengesetzes die Reduzierung der Stimmen für die Sozialdemokraten bei den Reichstagswahlen wurde jedoch nicht erreicht Im Gegenteil Hatten die Sozialdemokraten 1881 nur 311.961 Stimmen erhalten waren es 1884 bereits 549.990 1887 763.128 Stimmen 1890 sogar 1.427.000 Stimmen Mit letzterem Ergebnis wurde die SEPP noch vor ihrer Umbenennung in SPD zum ersten Mal die wählerstärkste Partei des Reiches Auch international war die deutsche Sozialdemokratie zur weltweit einflussreichsten sozialistischen Partei ihrer Zeit geworden Ein weiterer wichtiger Hinweis auf die relative Schwäche der Sozialistengesetze Nach der Spaltung der Internationalen Arbeiterassoziation im Jahr 1872 und deren bis 1876 erfolgten Auflösungen aufgrund des Konflikts zwischen dem anarchistischen Flügel um Michael Eberkunin und dem marxistischen Flügel um Karl Marx war es nach Marx' Tod 1883 vor allem Liebknechts bestreben Zu einer neuen Einheit der Internationalen Arbeiterbewegung zu kommen Darin war er sich mit Friedrich Engels, der Marx, die Ellis Erbe übernommen hatte, einig Bei der Gründung der Sozialistischen Internationale 1889 in Paris war die Sozialistische Bewegung aus dem Deutschen Reich mit 85 der 400 Delegierten Aus 20 Staaten am Gründungskongress dieser Zweiten Internationale vom 14. bis 20. Juli 1889 beteiligt unter ihnen neben August Bebel und Eduard Bernstein auch Karl Legien als ein Vertreter der Deutschen Gewerkschaftsbewegung Und mit Clara Zetkin eine Vertreterin der Sozialistischen Frauenbewegung, zu jener Zeit Exilantin in Paris Liebknecht leitete die deutsche Delegation und war zusammen mit dem französischen Sozialisten Eduard Weiland Vorsitzender des Kongresses Die Aufhebung des Sozialistengesetzes Angesichts des gewachsenen Einflusses der SEP war das Sozialistengesetz im Deutschen Reich langfristig nicht mehr aufrecht zu erhalten Im Jahresturnus ab 1879 immer wieder verlängert wurde die weitere Gültigkeit des Gesetzes am 25. Januar 1890 Im Reichstag abgelehnt das Scheitern einer auf dauerhafte Gültigkeit angelegten und auch sonst verschärften Sozialistengesetzvorlage Durch Bismarck sowie das Erstarken der Sozialdemokratie bei den Reichstagswahlen am 20. Februar 1890 spielten eine ausschlaggebende Rolle Beim Sturz Bismarcks bzw. seiner Entlassung durch den 1888 intronisierten Kaiser Wilhelm II. Bereits 1888 war Bismarck mit einer Gesetzesvorlage gescheitert, der zufolge Sozialdemokraten förmlich als Deutsche hätten ausgebürgert werden können Ursache des Scheiterns war nicht zuletzt, dass die Abgeordneten der SEP die skrupellosen Praktiken der politischen Polizei im Reichstag enthüllten Insgesamt ging die Sozialdemokratie gestärbt aus den Auseinandersetzungen hervor In den ersten Reichstagswahlen nach dem Ende des Sozialistengesetzes am 15. Juni 1893 erhielt die Sozialdemokratische Partei so viele Stimmen wie nie zuvor Sozialisten feierten daher diese Reichstagswahlen als großen Sieg der Freiheit und des Friedens Internationaler Kontext Der Historiker Ulrich Herbert verweist darauf, dass in Frankreich die Unterdrückung der Sozialdemokratie brutaler war So forderten die Sozialistengesetze keine Todesopfer Auch wenn sie bei etwa 900 Aktivisten zu einer Verbannung und bei 1500 Personen zu teilweise langen Haftstrafen führten In Frankreich hingegen kam es allein bei der Niederschlagung des Kommuneaufstands 1871 zu mehr als 1000 Toten In den USA starben im Eisenbahnstreik von 1877 über 100 Menschen In Folge des Hellmark-Gedreit von 1886 wurden vier Arbeiterführer gehängt Die Niederschlagung des Pullmenstreiks von 1894 forderte wie Dutzende anderer Streiks durch Hinzuziehung von Bundesgruppen und paramilitärischer Polizeidienste zahlreiche Tote und Verletzte Weder in Europa noch in Nordamerika übernahm eine Arbeiterpartei vor dem Ersten Weltkrieg die Macht Nachfolgende Entwicklung Die Rolle der SPD bis 1914 Nach der Aufhebung des Sozialistengesetzes blieb die Sozialdemokratie, die sich seit dem Erfurter Programm Parteitag von 1891 SPD nannte Ein ernstzunehmender Machtfaktor Aus der Reichstagswahl 1912 ging sie schließlich mit 34,8% Wählerstimmen bzw. 110 Reichstagsmandaten als klarer Wahlsieger hervor Nach dem Tod August Bebels wurde der gemäßigt reformorientierte Friedrich Ebert Parteivorsitzender Der Geist des Sozialistengesetzes wirkte indessen auch nach 1890 in Politik und Gesellschaft des Deutschen Reiches fort So versuchten die Regierungen im Reich und in Preußen nach dem Auslaufen des Sozialistengesetzes neue antisozialistische Gesetze durchzusetzen Dazu gehörten vor allem die Umsturzvorlage, das sogenannte »Kleine Sozialistengesetz« in Preußen und insbesondere die »Zuchthausvorlage«, mit der ein Sonderstrafrecht für Arbeiter geschaffen werden sollte, um die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften und damit auch die Sozialdemokratie zu schwächen Alle diese Gesetzesvorlagen scheiterten Dennoch wurden die Sozialdemokraten noch lange Zeit als vaterlandslose Gesellen diffamiert Erst bei Beginn des Ersten Weltkrieges im August 1914, als es darum ging, die Volksmassen für den Krieg zu mobilisieren überdachte Kaiser Wilhelm II. als oberster Kriegsherr Deutschlands die auch von ihm bis zuletzt vertretene Strategie der politischen Isolierung der Sozialdemokratie Er verkündete mit Blick auf die Sozialdemokraten, er kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche Daraufhin stimmte die SPD-Reichstagsfraktion geschlossen für die ersten Kriegskredite und leitete die Burgfriedenspolitik ein Untertitelung des ZDF für funk, 2017